Willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. So, wir wollen zu Apartment 104. Was? Hier war doch gerade irgend so ein Monstervieh. Boah, weg hier. Ah, 101 bis 104. Hey, 114? Haben wir das schon durchsucht gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt auch erstmal egal. Äh, okay. Was willst du? Was willst du? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh, God, please not today. Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's a private matter. I'd rather not talk about it. Can I have a phone call? Sir, I'm wondering if you've seen anything suspiciously. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, that's your condition. Ah, that's probably the steps we've heard about today. Fine, I won't waste your time then. Wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliverance. Ah, that's probably the steps we've heard about today. Hmm, anything else? This smell. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your childhood. What? My family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Hmm. Okay. 102. K.P.D., like to ask you some questions. Certainly, officer. Always glad to do my civic duty. Sina heard anything suspicious lately. Neighbors acting weird. Actually, I did hear some noises coming from 104. Then the woman stormed out of the apartment and... Oh, huh? Do you see where she went? Well, no, I didn't actually... You see her? I could smell her, you see. Was? Alter, halt mal dein Maul! Was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn die Hälfte in dem Gebäude? Was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn das für ein Arsch? Okay... Was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn das für ein Arsch? Frau... Was ist denn das für ein Arsch? Oh, sie... sie ist ein Arsch? Sie arbeitet in Chiron in Chiron um den Ex-Kon zu unterstützen. Was ist denn das für ein Arsch? Was ist denn das für ein Arsch? Oder sie würde nicht leben in diesem Sch-Hole Es erklärt die Gesichter auf ihr Gesicht, doch... Was ist denn das für ein Arsch? Worn aus! Fidgety! Jumping in Shadows! Working für die Korporation hat diesen Effekt... Ich denke... Wahnsinn! Was ist das? Was ist das? Nein, nein! Er ist nicht eine Frau, oder so. Er ist einfach... Schraub. Und wieder... Was ist das? Was ist das? Na, was ist das, wenn man einen Schraub hat, in die Gebäude? Ich denke, das ist es. Ja, gut. Den Hausmeister kennen wir ja schon. Das ist neu. Okay, ähm... Okay, ähm... Ist es noch... ...gut? Ähm... Ich muss noch mal ganz kurz hier reinschauen. Ich habe den Ausversehen gerade OBS minimiert. So. Ähm... Okay. Hier hinten ist die Tür, wo wir hin müssen. Und die steht offen. Und die steht offen. Helena Novart. Und die steht offen. Okay. Ja, moin. Was ist... Ja, gut, ne? Dem guckt die Alba eingeweiht raus. Alles. Da ist mein Punkt. Man hat das gemacht, nicht? Es ist das okay. Es ist das okay. Hör, mir. Die Belge ist rum. Es ist nicht so gut, dass ich dir helfen kann. Aber ich kann sagen, jemanden ist for das, wenn du mich um ihn zu finden kannst. Geden. Was? Ja, komm. Subject Approved. Commencing Neural Interrogation. Ja, gut. Alter, was ist hier los? Loll, warum ist das auf einmal kaputt? Gesundheit. Alter, was? Amir, ist das du? Hallo? Okay. Was ist das? Okay. Oh Gott, Entschuldigung. Ach ne, schnelleren. Eine Küche. Was zum... Leck mich fett. Hä? Boah, geht mir aus dem Weg. Loll, es war noch grad Gefängnis. Hallo, was ist hier los? Was? 900? 200? 200? 700? Was ist hier... Was ist hier los? Was ist hier los? Ja, äh... Was? Leih, einfach nur Danke sagen... Was? Leih, einfach nur Danke sagen... Ich habe dir gesagt, nicht zu sehen, während des Tages. Warum soll ich da drin bleiben? So, wie es weiter geht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag.